Willkommen bei Hogwarts. Heute beschäftige ich mich mal mit dieser Professor Weasleys Aufgabe. Da müssen wir irgendwie, glaube ich, noch Handbuchseiten suchen. Das sind zwei verschiedene Stelle. Man ist hier mal eine markiert. Keine Ahnung. Gucke. Irgendwie zeigte man das nicht so richtig an. Mal laufen jetzt einfach mal danach. Ja. Ah. Unterirdischer Hafen. Das ist mir neu. Okay. Ah, ja. Cool. Oh, halt. Unsichtbar machen. Da ist er. Kuckuck. Truhe. Ja, das ist ja cool. Da war ich noch gar nicht. Das ist geil. Sehr schön. So. Oder ist auch noch was? Oh, da auch. Tief unter dem Viadukthof befindet sich die Anlegestelle für die Boote, die die Erstklässer über den großen See nach Hogwarts bringen. Geil. So. Dann gehen wir mal auf. Oh, das hat er schon selbst markiert. Ich denke mal, das ist dann ein bisschen kürzer. Ich denke mal, das ist dann ein bisschen kürzer. Ah, das ist mir immer dusselig. So. Ja. Tief unter dem Viadukthof Oh, nee. Niemand sonst will es versuchen, egal wie oft ich frage. Alle sagen, sie haben mit den Schuheaufgaben genug zu tun. Sie legen nicht so viel Wert auf Wissen wie ich. Du bist doch sicher interessiert. Ich fange auch mit ein paar meiner einfachsten Fragen an. Ein Quiz klingt nach Spaß. Großartig. Nur noch ein paar Fragen und dann gebe ich dir das Buch. Fangen wir an. Welches magische Wesen wurde vor der Erfindung des goldenen Schnatzes beim Quidditch verwendet? Alter, Alter. Oh, lecklicher Marsch. Boah. Jo, ich weiß es nicht. Ich könnte schwöre, dass ich mal Schnatzer gehört habe. Was ist, wenn es falsch ist? Der goldene Schnatzer. Richtig. Der Schnatzer wurde erstmals 1269 von einem Zauberer namens Barbarous Bracken Quidditch eingeführt. Leider gelten sie als ausgestorben. Nächste Frage. Welcher Trank wird häufig als flüssiges Glück bezeichnet? Also ohne die habe ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, gar nicht gehört. Das könnte ich wohl gar nicht schon gehört. Felix Felizis. Gut gemacht. Da er den Trinkenden vorübergehend Glück bringt, ist Felix Felizis bei allen organisierten Wettbewerben verboten. Um welche magischen Artefakte geht es im Märchen von den drei Brüdern? Das war's. Das war's. Okay. Das war's. Okay. 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 das ist ja nicht bekannt oder das kann doch das ist peinlich ich bin zwar so Harry Potter guck ich aber Heiligtümer des Todes kommt Heiligtümer des Todes richtig laut Biedel dem Baden bestehen die Heiligtümer des Todes aus dem Elderstab dem Stein der Auferstehung und dem Tarnumhang welcher Ball im Quidditch ist der größte also der Schmerz selbst glaube ich schon nicht geklatt ist das stimmt wenn ein Jäger den Quaffee in einem Quidditch Spiel durch einen der drei Reifen wirft bekommt seine Mannschaft zehn Punkte wahr oder falsch der Vielsaftrank erlaubt es die Spezies zu wechseln der Vielsaftrank kann zwar Dinge wie Alter oder Aussehen verändern allerdings nicht die Spezies so ich denke das reicht langsam ich lege das Buch jetzt wieder auf sein Podest wenn du dein Wissen noch einmal testen möchtest kann ich dir noch viele weitere Fragen stellen und ich werde dir auch keine leichten Fragen mehr geben die nächsten werden schwieriger ok wir sind da was machen wir gerade weiter oder ich möchte mehr Fragen beantworten welche Regierungsbehörde war der Vorläufer des Zaubereiministeriums ja oder gut der Rat der Zauberer löste sich 1707 auf nachdem das internationale Statut über die Geheimhaltung von Zauberern geschaffen wurde das zur Durchsetzung eine besser strukturierte Regierung erforderte welche Drachenart ist die kleinste das antipodische Opa Lauke der peruanische Wipanzahn der ukrainische Eisenbauch der Wipanzahn ist mit einer Durchschnittslänge von 4,5 Metern zwar am kleinsten aber er ist auch am schnellsten und wird wegen seiner giftigen Reißszene gefürchtet wer hat das Dorf Hoxmed gegründet der Hengis Hengis sagt man noch was Hengis es wird angenommen dass Hengis das Wirtshaus drei Besen als Wohnsitz nutzte der Hintertück wurde versehentlich durch Kreuzung eines Ghouls mit welcher anderen magischen Kreatur erschaffen die 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 der mich ja der Hintertück kann sich unsichtbar machen aber die die ihn gesehen haben beschreiben ihn als einen großen dünnen Affen mit silbernen Haar mit welchem Zauberspruch lässt sich ein Leti volt ab Patronus, oder? Ja. Der Patronus-Zauber. Gut gemacht. Der einzige bekannte Überlebende eines Letivite-Angriffs war ein Zauberer namens Flavius Belgi, der damals in Papua-Neuginea Urlaub machte. Von wem stammt das Gesetz der elementaren Transfiguration? Evangeline, Orpington, Laverne, Montemorensi. Ich bin zu, da habe ich gerade Hilfe geholt. Ich habe es nicht gewusst, keine Ahnung wo ich... Wie lautet die Übersetzung des Mottos von Hogwarts? Äh, das weiß ich glaube ich selbst, da probe ich glaube ich mal Hilfe zu holen. Vor allem weil ich leider Hilfe geholt, gehe nicht zu. Äh, ich glaube, da bin ich was sicher, Kitzner niemals einen Drachen irgendwo, weil ich das in Erinnerung... Kitzner niemals einen schlafenden Drachen... Korrekt. Auf Latein lautet das Hogwarts-Motto Draco dormiens nunquam titilandus. Welches magische Wesen ist das einzige, das Eier in seinem Maul produziert? Die Basilisk nicht. Die Aschwinderinnen auch nicht, da bin ich mal sicher. Da kannst du ja entfaschen oder ohne Sinn. Ich weiß aber nicht, was das ist. Die Runespoor. Das stimmt. Parcelmündern zufolge hat jeder der drei Köpfe der Runespoor eine andere Funktion. Der linke Kopf ist der Planer, der mittlere ist der Träumer und der rechte ist der Kritiker. Wo befindet sich die Ilvermorny-Schule für Hexerei und Zauberei? Amazonas-Regenwald sind die, glaube ich, nicht. Ich habe es gefunden. Ich habe Hilfe geholt. Ich wusste es nicht. Was ist der mächtigste Liebestrank, den die Zaubererwelt kennt? Wir sehen uns was mit Amor. Ja, Amortenie. Ganz bestimmt nur. Amortentia. Das ist die Antwort. Amortentia riecht für jede Person anders, je nachdem, was sie attraktiv findet. Zum Beispiel staubige Bucheinbänder oder... Hast du Interesse, mit der nächsten Runde weiterzumachen? Das sind meine schwierigsten Fragen. Immer her damit. Wunderbar. Ich bewundere deinen Wissensdurst. Emmerich der Böse starb in einem Duell gegen wen? Egbert, der Ungeheuerliche. Das stimmt. Emmerich erlangte Bekanntheit, weil er im Mittelalter Dörfer in Südengland terrorisierte, als er der Meister des Elderstabs war. Welches Foul begeht ein Jäger, wenn er den Quaffel beim Durchqueren des Tores in der Hand hält? So, ich war kurz auf stumm. Ich gebe zu und ich habe da auch nochmal Hilfe. Das stimmt. Keilen ist das absichtliche Zusammenstoßen mit einem Spieler. Stutschen ist, wenn zwei Jäger den Hüter der anderen Mannschaft von den Toren wegstoßen, damit ein dritter Jäger ein Tor machen kann. Aber Respekt, wenn das da jemand anderes selber wäre, ist gut, der euerischer Freak. Ja, ich werde es so. So. Der Biss eines Mal verursacht wird ungewöhnlicher. Das habe ich schon gelesen. Flussgras ist es, nicht? Das ist der Obedard, Mimbulus. Mimbulus Mimbulus Mimbultonia. Korrekt. Die Mimbulus Mimbultonia sondert Stinksaft als Abwehrmechanismus ab, wenn sie berührt wird. Der Aufpäppeltrank wurde von welchem Zauberer aus dem 12. Jahrhundert erfunden? Der Aufpäppeltrank... Boah, das weiß ich auch nicht. Doch, jetzt weiß ich es. Ich habe Hilfe gehabt. Linfred von Stinchcom. Wirklich gut. Jahrhunderte später baute Glover Hipworth auf Linfreds Arbeit auf und schuf den Aufpäppeltrank, den wir heute kennen. Was hinterlässt der alte Zauberer in der Zauberer und der hüpfende Topf seinem Sohn im hüpfenden Topf? Ne, der starb war es nicht. Einen Pantoffel. Ja, richtig. Die Geschichte wurde von Beedle dem Baden erfunden, aber es gibt mehrere Versionen. Ich verrate nicht, wofür der Pantoffel war, falls du sie noch nicht kennst. In welcher Region der Welt ist der Snelligaster heimisch? In Nordamerika. Das stimmt. Das Mischwesen aus Vogel und Reptil ist ein entfernter Verwandter des Occamie und hat spitze Reißzähne und kugelsichere Haut. Wer ist der Muggelritter in der Brunnen des wahren Glücks? Das habe ich schon irgendwo gelesen. Der Lansalot definitiv nicht. Der Amset auch nicht. Und ich glaube, das war der. Ja, ich habe es okay bekommen. Die drei Hexen in der Geschichte heißen Asher, Althida und Armata. Oh, ich liebe ein überraschendes Ende. Der größte Kelpie der Welt ist auch unter welchem Namen bekannt? Ja, das war gewählen. Das war ganz... Da brauche ich keine Hilfe. Ungeheuer von Loch mehr. Das ist korrekt. Das Amt für Desinformation hat alles getan, um die Muggelbeweise für die Existenz des Kelpie zu entkräften. Wer war der erste Zaubereiminister? Boah, das hat nicht... Das war doch Ewa-Achtzucker. War das nicht Ewa-Achtzucker? War das schon da mit dem... Ja, Gamp. Auf jedes kommt ja halt auch schon... Oh, mal aufpasst. Ja, Gems größtes Vermächtnis war die Gründung der Abteilung für magische Strafverfolgung. Sie verbot die unverzeihlichen Flüche. Du hast alle meine Fragen beantwortet. Wie schön, dass es noch andere Schüler gibt, denen Wissen am Herzen gibt. Ich bin wirklich erstaunt, wie gut du warst. Du bist ein echtes Quiz-Talent. Danke, dass du mich... Naja, mit Hilfe. Bin ich ja schon ehrlich. Also Respekt werden, dass so jemand alles wer ist. Ey, das ist kein Trophäer. Jo. Professor Weasleys Aufgaben sind erledigt. Ich sollte zum Verwandlungsunterricht. Nö, doch ein Trophäer erwartet, ey. Das ist ja fies. Wenn man alle Fragen richtig beantwortet, das ist skandalös, ehrlich. Revelyion. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Spiegel ist da irgendwo in der Hände dran, bin ich jetzt falsch gelaufen? So, hier, das ist jetzt auch bald fällig, ich weiß wie es Rätsel geht, ich kann es aber bis jetzt hier selbst noch nicht bekommen, aber ja, wer macht das denn nächstes? Jetzt halt auch, Schatz, die Kiste an, okay, da wollen wir noch Kugel. Ruhe bitte, Ruhe bitte! Verwandlung, das können Sie sicher nicht mehr hören, ist eine Wissenschaft, die ewiges Üben erfordert. Aber seien Sie unbesorgt, es kann fast alles verwandelt werden, wenn man nur das Potenzial darin erkennt, wie das immense Potenzial, das ich in Ihnen allen sehe, wie Sie hier vor mir stehen. Vielleicht sehe ich auch nur schlecht. Nun, Sie wissen, was zu tun ist. Das wäre schon eine coolie Sache, sowas, ne? Wundervoll gemacht. Oh, das war eine Trophäe. Der Meister der Zaubersprüche. Gut, das fällt hier gar nicht mehr so viel, ne? Imperio. Und dennoch. Aber, Avada Kedawa. Genau, der kennt man. Jetzt, boah, bin ich doof, wo ist er dann? Ach, da oben rechts, ist gut. Dann gehe ich nochmal da draufmache. Jetzt bin ich auch gespannt. Warte, da ist auch noch was. Naja, wo ich denn da kann überall anwende. Ach so, ich bin doch dann fertig. Sie wollten meinen bisherigen Fortschritt besprechen, Professor? Ja, Sie scheinen sich ohne Schwierigkeiten eingearbeitet zu haben. Und Sie haben in diesem Jahr hervorragende Leistungen gezeigt. Vielen Dank, Professor. Die Zusatzaufgaben waren sehr hilfreich. Wie ich es vermutet habe. Wie es scheint, haben Sie die Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Handbuch bietet, hervorragend genutzt. Natürlich ist das Handbuch nicht der einzige Maßstab. Die gesagt, dass Sie ein Einhorn gefangen und es in den Raum der Wünsche gebracht haben. Ein so seltenes Tier zu schützen ist eine Leistung, auf die Sie sehr stolz sein könnten. Ich muss sagen, dass ich besonders beeindruckt bin von dem, was Sie erreicht haben, angesichts der Gerüchte über Ihre außerschulischen Aktivitäten. Hatte Ihr Besuch bei einer ehemaligen Auroren in Upper Hogsfield mit Professor Fick zu tun? Ich mag mir gar nicht vorstellen, worum es dabei ging. Professor Fick hat mich ermutigt, Erkundungen anzustellen, wenn ich kann, um, äh, mein Handbuch zu vervollständigen. Verstehe. Ich bewundere Ihre Lernbegeisterung. Aber denken Sie bitte daran, dass Ihre Klassenarbeit und Ihr Handbuch Sie umfassend unterrichten sollen. Das Jahr ist bald zu Ende und Sie wollen sich sicher gut auf Ihre ZAGs vorbereiten. Zuvor stelle ich aber mit einer Abschlussbeurteilung sicher, dass Sie bereit sind. Bis dahin, gut gemacht. Sie können gehen. Herausforderung abgeschlossen, Aufgaben abschließen. Sehr schön. So. Hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Das Video ist auch schon gleich zu Ende. Und ich denke, das nächste Video wird, dass ich ein bisschen nochmal da rumfliege und, ja, vielleicht auch mal von den Demi-Grease-Statuen finde. Treffen wir uns am Aussichtspunkt nördlich des verbotenen Waldes. Ich erkläre es dir. Okay. Ähm. Das Video wird nicht funktioniert. Aber ich habe noch ein Problem. Wir finden, was wir brauchen in einer Kobold-Mine südlich von Hogwarts. Kommen Sie dorthin mit jemandem, der Kobold-Jogak spricht. Ja. So, wir gehen nur noch kurz daraus und gucken was. Ich weiß nicht, irgendwie komme ich doch nur an der Stelle hin. Ähm. Ah, guck mal da. Ja, sehr schön. Ja, aber es ist echt noch viel zu hier zu erkunden. Also auch hier im Schloss selbst. Okay, wo geht's da hin? Ah. Ähm. Halt, das ist. Boah. Genau. Ja, trotzdem muss man immer nochmal so überlegen, was für was ist. Da ist auch noch eine kleine Truhe. Irgendwo du ohne Tronner. Aber anscheinend auch nochmal in einem Extra-Raum. Hallo, Romova. Ja, kommen wir so langsam echt immer in der Sache rennen. Aber wie gesagt, es gibt noch Stufe 3, deswegen brauchen wir unbedingt noch Demi-Guys-Statuen. Mit Statuen. Ok Nee, kann ich gar nicht haben. Nee, hab nicht so Geduld. Oh, du bist so schmetterig. Okay. Okay, okay, okay. Also ich glaube den Spiegel habe ich hier gesehen. Ja. So, ich beende jetzt aber das Video und starte jetzt ein neues, weil ich hier zu sehr am erkunden bin und freue mich aufs nächste Video. Ich bedanke mich nochmal für das Reinschauen und bis dann. Ciao. 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 Ciao.